Die gute Nachricht gleich zu Beginn, der September ist zu Ende. Was ist daran so erfreulich? Ganz einfach, der September ist über die vergangenen 100 Jahre der einzige Monat, der mit einer fast schon erschreckenden Zuverlässigkeit Verluste für Aktien bedeutete. In den letzten Jahren waren das im Schnitt minus fünf Prozent und die schlechte Nachricht ist, da ist auch das Jahr 2023 leider keine Ausnahme. Warum das so war und wie es weitergeht, darüber spreche ich in unseren Quartalssplittern wie immer mit Bert Vosper. Hallo Bert. Hallo Thomas. Wenn wir mal überlegen, welche Überschrift geben wir dem zurückliegenden Quartal, wir sprechen ja hier über das Quartal in Quartalssplittern, dann sind es wahrscheinlich die steigenden Zinsen, die eben auch im September die Aktienmärkte, die Anleihenmärkte bewegen. Eigentlich doch erstaunlich, dass das Thema steigende Zinsen jetzt mit der Vehemenz wieder zurückkommt, obwohl auch die Inflation heute deutlich niedriger liegt als zum Beispiel vor einem Jahr, sowohl in den USA als auch in Europa, oder? Ja, das sieht beim ersten Hinschauen tatsächlich so aus, was wir natürlich jetzt erlebt haben im dritten Quartal, nicht zuletzt auch durch die Notenbank-Ankündigungen, wie sie weiter fortfahren möchten, dass die Inflation eben zwar runterkommt, aber immer noch auf einem verhältnismäßig hohen Niveau verhacht. Und das hat Jay Powell, Chef der US-Notenbank, ja nochmal klargemacht, dass der Job noch lange nicht erledigt ist. Und es gab ja im Laufe des Jahres immer noch so die Erwartung, dass zum Ende des Jahres 2023 die Inflation sich deutlich reduziert, vor allen Dingen aber die Zinsen runterkommen würden. Und das Thema ist eigentlich jetzt durch. Und deswegen haben wir dieses Higher for Longer, das allgemein wird genommen, um zu beschreiben, dass das Zinsniveau längere Zeit hoch bleiben wird. Davon ist auszugehen. Und die Notenbanker der US-Fed haben ja in ihren persönlichen Einschätzungen im Durchschnitt auch eine Erwartung von über 5 Prozent bis Ende nächsten Jahres für den Leitzins gesetzt. Und damit ist auch für den kurz- und mittelfristigen Bondbereich klar, dass wir so schnell nicht wieder auf diese Zinssätze, die wir noch vor geraumer Zeit hatten, zurückfallen werden. Und mit einer gewissen Zeitverzögerung gibt sich das eben auch für die Eurozone. Und darüber, was das für Immobilien, für Unternehmen, für Länder, für die Kapitalmärkte bedeutet, hast du dir Gedanken gemacht? Bevor wir uns mal anschauen, bevor wir über die Auswirkungen sprechen, schauen wir uns mal an, über was wir da eigentlich reden. Wir sehen hier die Entwicklung der Renditen von zehnjährigen US-Staatsanleihen und zehnjährigen Bundesanleihen über die letzten Jahre. Und wenn man sich das mal anschaut, dann ist es doch erstaunlich, dass der Gap zwischen amerikanischen und deutschen Anleihen so enorm ist, obwohl doch eigentlich die Inflation in den USA inzwischen niedriger liegt als in der Eurozone. Ja, das kann man auch so auf den Punkt bringen, zumal ja die Zinsen in Amerika und in der Eurozone lange Zeit, nicht bis zur Finanz-Euro-Krise, ziemlich auf einem Niveau waren. Da war kein großer Unterschied. Und das hat sich dann eigentlich erst in den Jahren nach der Euro-Krise auseinanderdividiert. Das mag auch sicherlich an der Zinspolitik der Europäischen Zentralbank liegen, die den Zins noch tiefer gedrückt hat. Und dann auch an dem höheren Wachstum in Amerika und den ja auch zunächst in Amerika deutlich höheren Inflationsraten. Da ging das ja viel eher los, hatte aber auch früher einen Höhepunkt erreicht als bei uns. Und es könnte durchaus sein, dass sich dieser erhebliche Zinsunterschied wieder deutlich reduziert. Kommen wir mal zu den Auswirkungen. Ich habe gesagt, Immobilienmarkt, das ist jetzt wahrscheinlich das für uns. Unser Job ist es vor allem, liquide Assets zu verwalten. Der Punkt, der nur so indirekt relevant ist. Du hast es so schön geschrieben, bis sich der höhere Zins in die, was hast du gesagt, Wohnstuben? Ja, in die Wohnstuben der Hypothekenkreditnehmer durchfrist. Und das ist jetzt in der Tat ein interessanter Punkt, weil die Notenbanken sind ja in der Zwickmühle. Machen wir uns nichts vor. Das ist eine Aufgabe, wie sie noch nie zuvor in der Geschichte erledigt werden musste. Denn wir haben immer noch eine hartnäckig hohe Inflation. Wir haben inzwischen höhere Zinsen. Die höheren Zinsen werden auch und haben auch schon dazu geführt, dass die Wirtschaft sich etwas abkühlt, dass die Inflationsraten zurückgegangen sind. Aber wie gesagt, das Niveau ist immer noch hoch. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie hoch können die Notenbanken die Zinsen treiben, bis zu welchem Punkt, Jay Powell sagt, Job ist dann dann, also wann sind wir fertig, bevor nicht Kollateralschäden einsetzen, wie wir sie ja schon dieses Jahr gesehen haben, im März bei den Regionalbanken in Amerika die Pleite ging. Und weitere Kollateralschäden dürften folgen. Dazu ist der Zinsanstieg jetzt zu stark und auch vor allem zu schnell gekommen. Und die Frage ist jetzt eben, wo? Und der Hypothekenbereich ist natürlich ein Bereich, wo man sich sorgt, dass die Hypothekennehmer, Kreditnehmer Probleme bekommen, was aber in den meisten Ländern zunächst nicht der Fall ist, weil die Laufzeiten der bestehenden Kredite sehr lang sind. Wir können uns das mal anschauen. Wir haben hier eine Grafik, in der wir das Zins, die Zinslast, nicht das Zinsniveau, sondern die durchschnittliche Zinslast, die durchschnittliche Hypotheken, den durchschnittlichen Hypothekenzins in den einzelnen Ländern sehen. Einmal im Dezember 2021 und die Veränderung zu heute. Und da sehen wir, in Deutschland hat sich eigentlich nicht viel getan in der Breite. Nochmal, wir sprechen nicht über die einzelnen Sätze, sondern über die Zinslast in der Breite. In Italien und in Spanien sieht das ganz anders aus. Ja, und wenn man England noch dazunehmen würde, ist auf der Grafik nicht zu sehen, kann man den etwa in die spanische Region hier packen. Die Durchschnittszinslast ist noch nicht so stark gestiegen, weil nur die höheren Neukredite einfließen und den Zins nach oben treiben. Beginnt aber langsam zu wirken. In Amerika übrigens Neukredite 8 Prozent. Die Durchschnittszinsen sind da auch nicht höher als hier in der Eurozone, nicht nennenswert höher. Aber es braucht halt seine Zeit, sodass diese Entwicklung von Land zu Land sehr unterschiedlich sein wird. Und in Spanien, vor allen Dingen, wenn man in der Eurozone schaut, aber auch in UK, wo die Laufzeiten oft nur zwei Jahre sind, natürlich jetzt bei jeder Refinanzierung immer höherer Zins als fällig wird. Und davon muss man dann ausgehen, dass das natürlich die Ausgabemöglichkeiten der Haushalte für andere Dinge einschränkt, sodass sich das schon Konjunkturdämpfen wirkt, auswirkt. Aber es darf halt nicht dazu führen, dass die Hypothekenkreditnehmer in größerem Maße pleite gehen. Weil dann hätten wir wieder dieses Thema Fragilität des Banksystems. Und die Notenbank hat jetzt die schwere Aufgabe, zum einen die Zinsen hochzuhalten oder hochzunehmen, um die Inflation runterzubringen. Darf aber gleichzeitig nicht die Zinsen auf Niveaus führen, die dann zu Kollateralschäden führen. Sei es jetzt hier im Privatbereich, sei es bei Unternehmenskrediten, wo das ein bisschen schneller geht als bei den Hypothekenkrediten. Das haben wir auch. Deswegen ist es interessant, wenn man sich das hier mal anschaut. Und wir zeigen mal, wie sieht das aus bei Unternehmen. Da sehen wir eben, da haben wir auch hier wieder die Zinslast im Schnitt 2021 im Dezember. Die Geschwindigkeit, mit der das jetzt hier ausschaut und auch das Ausmaß ist nochmal beachtlich. Und dann kommt natürlich hinzu, das Thema auch bei den Unternehmen, Firmen mit sehr hoher Verschuldung dann nicht nur, wie wir das am Immobilienmarkt zum Beispiel sehen, mit niedrigeren Bewertungen zu kämpfen haben aufgrund des hohen Zinses, sondern tatsächlich auch der hohe Zins sich in die Gewinn- und Verlustrechnung reinfrisst und die Gewinne der Unternehmen schmälert, möglicherweise Investitionsmöglichkeiten reduziert und so weiter, sodass auch hier dieser Effekt einsetzt. Wie gesagt, das ist durchaus gewollt. Das ist ja der Effekt, den höhere Zinsen nun mal bieten sollen, um die Konjunktur und damit die Inflation abzukühlen. Aber die große Frage, die man dann als Nächste stellen könnte, wenn man sich die Verschuldung der Staaten anguckt, Italien mit über 140 Prozent, Spanien und Frankreich inzwischen auch mit über 110 Prozent Verschuldung zum Sozialprodukt. In Deutschland sind wir noch bei gut 60 Prozent, verhältnismäßig weit unten. Aber wir sehen eine große Divergenz innerhalb der Eurozone, was diese Verschuldungshöhe anbetrifft. Und wir sehen inzwischen auch eine große Divergenz, was die Zinsen anbetrifft, die so ein bisschen an die Euro-Krise, nicht in dem Ausmaß, aber so ein bisschen erinnert, wo italienische Bonds inzwischen mit fast fünf Prozent doch deutlich höher rentieren, als es deutsche Bundesanleihen tun. Weil man natürlich erkennt, dass diese Zinslast, die die Staaten auch zu tragen haben, die auch Jahre braucht, um sich da durchzufressen, bis die komplett im Haushalt angekommen sind. Aber dass diese Zinslast natürlich auch langfristig nicht ungefährlich ist für die Solvenz der hochverschuldeten Staaten. Und bei langfristig, da liegt genau der Kern, denn wir haben immer sehr verkürzt die Botschaft rübergebracht und haben gesagt, ein Zinsanstieg auf fünf ist für Italien eigentlich nicht denkbar. Jetzt müsste man sagen, wenn man es ganz genau nimmt, ist natürlich ein temporärer Anstieg am Sekundärmarkt erst mal kein Problem. Das Land ist lang durchfinanziert. Wie viel Zeit hat das Land, also wie lange darf der Zins denn hoch sein, bis er sich dann tatsächlich in die Kredite der Italiener durchfrisst und dann gefährlich wird? Ja, das ist der Punkt. Sieben Jahre ist die durchschnittliche Restlaufzeit. Also das braucht auch einige Zeit, bis sich das Ganze durchgearbeitet hat in den Kredit- oder Anleihenbestand Italiens. Aber der Markt ist ja nicht so blöd und sagt, lass uns mal sieben Jahre warten und dann gucken wir mal, was passiert. So war das ja auch in der Euro-Krise 2011-12, als Mario Draghi mit dem legendären Spruch, wir werden den Euro zusammenhalten, was immer es kostet und es wird genug sein. Also wir werden alles tun, damit das funktioniert. Und davon würde ich einstweilen auch ausgehen. Aber das war damals nötig, weil natürlich der Markt die Sorge hat, dass irgendwann das Zinsniveau auf ein Niveau steigt oder die Zinsen auf ein Niveau steigen, wo sie tatsächlich zu einer Bedrohung für die Staaten werden. Und das muss die Notenbank, die EZB tut das sicherlich im Auge behalten. Dieser Spread, il spreado, sagen die Italiener, die schauen da sehr, also in der breiten Bevölkerung sehr stark drauf, liegt bei knapp zwei Prozent ungefähr jetzt in der Eurozone, italienische zu deutsche Staatsanleihen. Und wenn das deutlich nach oben gehen sollte, insbesondere weil die italienischen Zinsen steigen, während die deutschen Zinsen fallen, dann wäre das sicherlich auch ein erstes Warnsignal für die EZB, die ja genügend Firepower hat. Also da braucht man sich keine Sorgen machen. Die können, wenn sie wollten, aus ihrem Programm genügend Mittel schöpfen, um italienische Staatspapiere aufzukaufen und diese Zinsdifferenz wieder zu reduzieren. Und vor dem Hintergrund kann man natürlich sagen, dann kaufe ich doch lieber italienische Staatspapiere für fünf Prozent als deutsche für knapp drei. Am Ende vom Tag ist sowieso beides das Gleiche, nämlich de facto eine Anleihe, Staatsanleihe aus der Eurozone, hinter der dann zur Not auch die EZB steht, die, wenn es hart auf hart kommt, diese Anleihen aufkaufen kann. Kommen wir mal zu den Auswirkungen am Kapitalmarkt, also Anleihen und Aktien. Wir können eigentlich direkt bei italienischen Anleihen bleiben. Dich hat das Ertragsrisikoprofil von gerade langfristigen Anleihen zuletzt nie wirklich überzeugt. Kommen wir jetzt an einen Punkt, wo sich das ändert, zum Beispiel für italienische Staatsanleihen? Ja, ich glaube, wenn man das dritte Quartal, wenn man da ein Vorzeichen setzen sollte, dieses Higher for Longer, heißt ja zum einen, dass die Zinsen nicht so schnell wieder fallen werden, vermutlich jedenfalls nicht, dass sie aber eben auch hoch sind. Und zwar hoch genug in einigen Fällen, nicht in allen, dass man, und das ist meiner Meinung nach der entscheidende Grund, eine Anleihe zu kaufen, ein Zinsniveau erhält, eine Rendite erhält, die so hoch ist, dass sie für die gesamte Laufzeit des Papiers ausreichend ist, für einen als ausreichend empfunden wird und man damit in Anführungsstrichen glücklich ist. Man hat eine Inflationserwartung im Kopf und wenn ich vier oder fünf Prozent Zins bekomme und rechne mit zwei bis drei Prozent Inflation, dann muss ich konstatieren, dann habe ich mit so einer Anleihe zumindest ein leichtes reales Plus erzielt nach Abzug der Inflation. Und das ist meiner Meinung nach die richtige Herangehensweise bei Anleihen. Wir haben ja gesehen, dass die Hoffnung auf Risikoausgleich im Portfolio, also Anleihen steigen, die Kurse steigen, wenn die Kurse von Aktien fallen, 2022 grandios in die Hose gegangen ist, mit Verlusten, die bei Anleihen größer waren als bei Aktien. Also da hat die sichere Anlageform sozusagen risikomäßig noch eins draufgesetzt, statt abzufedern. Das ist jetzt besser geworden, weil wir jetzt ein höheres Zinsniveau haben, sodass ich nicht davon ausgehen würde, wenn wir jetzt eine scharfe Rezession bekämen, dass die Anleihen erneut so stark fallen, weil die Renditen trotz allem steigen, wie das 2022 der Fall war, sondern dass die dann etwas gegenpuffern. Aber entscheidend ist und bleibt die Höhe des Zinsniveaus. Und die ist, wenn ich in der Eurozone nämlich Umschau bei deutschen Bundesanleihen 10 Jahre Laufzeit mit 2,8, 2,9 Prozent definitiv noch nicht so hoch, dass ich das als ein attraktives Investment sehe. Aber du hast es gerade angesprochen. Wenn ich einfach mal unterstelle, dass Italien im Zweifelsfall wieder Unterstützung erhält, wovon wir einstweilen einfach ausgehen müssen, dann würde ich sagen, dann lohnt sich durchaus auch ein Blick nach Italien. Wobei das Zinsniveau, und das ist jetzt ein bisschen spekulativ, von knapp 5 Prozent vielleicht noch nicht so hoch ist, als dass man diesen kurzfristig zu erwartenden Sellout, den man dann bei solchen Anleihen bekommt, schon eingepreist hat. Aber das zeigt, wie wichtig das ist, Risiken und Erträge abzuwägen. Und im Staatsanleihenbereich weltweit ist Amerika mit knapp 5 Prozent in Dollar natürlich. Klar, das ist ein Währungsrisiko für jeden Investor hier aus der Eurozone. Aber die 5 Prozent, die wir dort erreicht haben, knapp erreicht haben bei langlaufenden Anleihen, die sind inzwischen, würde ich sagen, schon hoch genug, um in einem solchen Fall, eine solche Marktkorrektur bei Aktien auch abzupuffern und Kursgewinne zu bieten, neben der Tatsache, dass die Zinsen auch ausreichend hoch sind, um die zu erwarten Inflation abzufedern, was ja auch die inflationsgeschützten Titel, die so zweieinhalb Prozent Realverzinsung garantieren, zeigen. Insofern sind wir in Amerika da auf einem Zinsniveau, das schon attraktiver ist als in der Eurozone, vor allen Dingen aber attraktiver als bei uns. Also wichtig bei den Anleihen, ich muss meinen Frieden mit der Rendite haben zum Zeitpunkt des Kaufes. Besser wird sie dann nicht mehr, wenn ich die Anleihe erstmal habe. Das kann zwischenzeitlich passieren, aber das ist eben eine Form des taktischen Vorgehens. Das kann man machen. Es gibt Profis, die das immer wieder mal hinbekommen, aber man sollte als Investor eigentlich ein Ausgangszinsniveau akzeptieren für die gesamte Laufzeit und sagen, damit kann ich leben und das ist eine ordentliche Verzinsung. Und dann ist es auch nicht schlimm, wenn zwischenzeitlich mal die Renditen steigen, respektive die Kurse von Anleihen, Bestandsanleihen dann fallen. Kommen wir zu den Aktien. Da haben wir zwei Faktoren. Einmal haben wir die Refinanzierungskosten, die haben wir gerade eben gesehen. Allerdings muss man auch dazu sagen, es ist nicht jedes Unternehmen heillos überschuldet. Du hast genügend Unternehmen, für die ist das in gewisser Weise jetzt sogar ein Segen, weil die nämlich einfach Kech halten. Genau. Die Firmen haben also gerade im Technologiebereich gibt es einige große Unternehmen, die über substanzielle Netto-Kasse verfügen. Die haben mehr Kasse, die jetzt ordentlich verzinst wird. In Amerika mit über fünf Prozent für T-Beds. Gleichzeitig sind die verschuldet, aber zum Teil noch mit relativ oder die Schulden haben relativ niedrige Zinskupons und im Zweifel könnten die einfach die Schulden zurückzahlen aus der Kasse. Sehr angenehme Position. Wichtiger Aspekt bei der Beurteilung der Qualität einer Firma, dass die nicht durch solche Zinsentwicklungen, wie wir sie gerade gesehen haben, einfach umkippen können. Der zweite Punkt, der wahrscheinlich wesentlich wesentlicher ist, den wir bei Immobilien auch schon sehen, ist, dass die steigenden Zinsen oder Marktrenditen natürlich die Bewertung drücken. Das ist wie die Gravitationskraft, nicht? Am Kapitalmarkt. Miet-Multiplikator, Gewinn-Multiplikator. Wenn ich für eine risikolose Staatsanleihe vier, fünf Prozent bekomme, dann ist klar, dass die Bewertung aller anderen Assets tiefer sein muss, als wenn ich für die gleiche Anleihe nur null oder ein Prozent bekomme. So, genau das haben wir jetzt gesehen und das ist sozusagen die Kehrseite jetzt im dritten Quartal gewesen. Die Multiplikatoren, also nehmen wir das Kurs-Gewinn-Verhältnis, um eine einfache Messgröße zu wählen, sind gefallen. Und wir haben uns das natürlich besonders mal angeschaut bezogen auf Unternehmen, wo die Zinsen eine besonders große Rolle spielen. Das sind Einmalzinsen, Unternehmen, die sehr viel Wachstumspotenzial haben, das aber weiter in der Zukunft liegt, wo der höhere Diskonstanz natürlich die Gegenwartswerte deutlicher drückt als ein tiefer Zinssatz. Und zum zweiten, Aktien, die Anleihencharakter haben, Aktien von Unternehmen, die sehr stabil im Konsumgüterbereich, Gesundheitsbereich sind, die also sehr konjunkturunzyklisch sind und deswegen so ein bisschen Bond-ähnlichen oder Bond-Charakter haben. Und die sind natürlich jetzt mit einer höheren Konkurrenz durch eben diese Bonds, sehen sich der gegenübergestellt. Also das belastet natürlich. Und beides zusammen hat dazu geführt, dass wir schon nicht erst jetzt im dritten Quartal, sondern im Prinzip seit Ende 2021, als die Zinsen ganz unten waren, eine deutliche Korrektur, was die Bewertung anbetrifft, dieser Firmen haben, die größer ist als der Kursrückgang. Und wir haben da mal einen Korb zusammengestellt von 20 Titeln, die aus verschiedenen Bereichen kommen, die ich gerade ansprach, aber auch Technologie, Industriewerte, Finanzdienstleister, die wachstumsstark sind, also hohe Qualität in puncto Wachstum und Ertragsstabilität aufweisen. Also diese Kombination aus diesen beiden Hauptqualitätsfaktoren plus solide finanziert sind. Und wir hatten dort Bewertungen von über 30 Anfang 2022 und die sind gefallen jetzt auf ungefähr 23. Also wir haben ungefähr einen Rückgang von 9, 8, 9, 10 KGV-Punkten, je nach Unternehmen. Das heißt, die Firmen sind deutlich günstiger geworden aufgrund dieser Bewertungsanpassung. Und einen Effekt, den wir ja so ein bisschen auf der Immobilienseite sehen, stellt man auch hier fest. Und ich glaube, dass viel von dem, was aus diesen steigenden Zinsen an Bewertungsrückgang bei solchen Firmen zu erwarten ist, war, inzwischen stattgefunden hat. Das heißt also, der Rückgang von 32er Multiplikatoren auf 23, jetzt bei dem Korb, den du ansprichst, das ist schon üppig. Und bezogen auf das jetzt erreichte Zinsniveau, würdest du sagen, da ist eigentlich sozusagen der Großteil der Messe gelesen? Der Großteil ist gelesen, aber gleichwohl bleibt festzuhalten, dass die Bewertung immer noch etwas über dem Niveau dieser Unternehmen, wir haben also bewusst die gleichen genommen, nicht einfach ein Index, der sich permanent ändert, wo auch viele Zyklika drin sind, war schon tiefer in den Jahren 2013, 2014, hat sich aber jetzt auf einen Zehnjahresdurchschnitt mitgesetzt. Also das Risk-Reward, wie man so schön sagt, das Chancen-Risiko-Verhältnis bei Aktien, insbesondere diesen Qualitätstiteln, ist deutlich besser geworden. Das heißt nicht, dass die nicht noch fallen können, aber wir haben hier ein besseres Risk-Reward, als wir das zum Beispiel Anfang 2022 hatten. Jetzt kann man argumentieren, wenn sich erst mal die Erkenntnis durchsetzt, dass die Zinsen eben nicht bald wieder fallen oder weiter steigen, geht dieser Bewertungsanpassungsprozess weiter. Wenn ich jetzt aber argumentiere, nee, das glaube ich, wird nichts passieren, in den Jahren der tiefen Zinsen waren die nie richtig eingepreist, weil jeder gesagt hat, irgendwann kommt die Zinswende und zwar über Jahre. Wenn jetzt über Jahre einfach jeder sagt, naja, irgendwann kommt halt die Rezession und dann fällt es, dann wird dieser letzte Teil der Anpassung vielleicht auch gar nicht kommen. Oder würdest du es anders sehen? Ich würde sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass wir nochmal eine starke Bewertungskorrektur nach unten erfahren, ist gering. Es sei denn, die Zinsen würden nochmal deutlich steigen und die Renditen bei Anleihen würden nochmal deutlich steigen. Du hast zu Recht gesagt, es braucht einige Zeit, bis sich diese gravierenden Veränderungen im Zinsniveau durchgesetzt haben, bis vor die von den Investoren verdaut worden sind. Das hat nach unten auch lange gedauert. Die Zinsen fielen und fielen und fielen und die Bewertungen begangen erst ganz langsam zu steigen. Und jetzt haben wir den umgekehrten Fall. Die Anpassung ist etwas schneller erfolgt diesmal, aber es ist nicht auszuschließen, dass es, wenn man diesen Korb an Aktien nimmt aus diesen verschiedenen Sektoren, vielleicht nochmal ein, zwei, drei, vier Multiple Punkte nach unten fällt. Aber das sind alles Titel, die historisch deutlich höher bewertet waren als der Marktdurchschnitt. Und insofern zeigt das bei einem Marktdurchschnitt, wenn wir den US-Markt nehmen von etwa 18, dass wir so weit davon nicht entfernt sind. Und eins sollte man, wenn man auf die Aktienkurse guckt, nicht vergessen. Selbst wenn die Bewertung über die Jahre etwas fällt, die Gewinne aber steigen, dann heißt das ja nicht, dass die Aktienkurse auch mitfallen müssen. Wie bei der Immobilie, deren Bewertung leicht fällt, aber bei stark steigenden Mieten bleibt der Wert der Immobilie gleich oder erhöht sich sogar, plus eben Zufluss in Form von Mieten, respektive Dividenden bei Aktien. Deswegen glaube ich, dass wir selbst in einem Fall, wo der Zins uns nicht positiv in die Karten spielt, also nicht fällt, die Renditen nicht fallen, dass wir jetzt an einem Niveau sind, wo man sagen kann, das ist für Aktienanlagen, also wenn man diese Qualitätstitel nimmt, durchaus attraktiv. Ungeachtet all der Themen, die uns die ganze Zeit beschäftigen, Rezession hier und geopolitische Risiken da. Und auch das ist meiner Meinung nach entscheidend in dem Umfeld, das wir ja zuletzt wieder gesehen haben mit weiteren geopolitischen Konflikten, wie jetzt in Israel als Beispiel, dass wenn man Unternehmen hat, die solide finanziert sind, die eine hohe Ertragsstabilität haben und natürlich im Idealfall auch noch Wachstumspotenzial, dass man dann relativ unbesorgt durch solche Krisenzeiten gehen kann. Und das Schöne jetzt an dem Umfeld am Markt ist, dass wir jetzt die Gelegenheit haben, infolge dieser Bewertungsanpassung wieder Titel zu kaufen, die lange Zeit auf der Wunschliste standen und jetzt langsam auf die Kaufliste gehen. Kommen wir zu einem Fazit der besonderen Art. Du schreibst in deinem Quartalsbericht, der da vorne liegt, Anleihen bieten inzwischen wieder Renditen, die einen Kapitalerhalt nach Abzug der zu erwartenden Inflation ermöglichen. Damit können sie nach verlustreichen Jahren wieder zu einer verlässlichen Renditequelle werden, von der vor allem gemischte Portfolios profitieren. Zusammengefasst heißt das doch, Multi-Asset ist wieder zurück, oder? Ja, Multi-Asset lohnt sich jetzt wieder mehr, weil eine Asset-Klasse, die komplett tot war, jetzt wieder auferstanden ist. Vielleicht noch nicht in der ganzen Breite, auch nicht mit der Attraktivität, die sie mal hatte. Aber ohne jeden Zweifel, es gibt Anleihen, Anleihensegmente, auch bei Unternehmensanleihen, wo die Renditen noch deutlich höher sind als die gerade genannten 4-5 Prozent, die wir in den USA oder in Italien haben. Und insofern kann man aus dieser Ecke auch wieder Rendite schöpfen. Und das ist natürlich ganz besonders für die Strategien wichtig, die man als balanced beschreibt oder defensiv, wo von Haus aus ein hoher Anteil in Anleihen sein muss. Das geht nicht anders, weil man nicht 100 Prozent Aktien haben kann. Und da, glaube ich, ist nach vorne die Sicht jetzt inzwischen wieder deutlich positiver als die mageren Jahre, die wir jetzt hinter uns haben. Das sind gute Aussichten. Vielen Dank, Bert. Vielen Dank an Sie für Ihr Interesse. Wir sehen uns wieder, wenn Sie wollen, in der zweiten Januarwoche mit den Quartalsplittern zum vierten Quartal. Und apropos viertes Quartal, so zuverlässig schlecht wie der September, so zuverlässig positiv fällt die Bilanz eines vierten Quartals in der Regel aus. Insofern machen Sie es gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.